das schießt quasi alle erst hin ich bin der einzige der gesunken ist oder wie macht sie auf ja was ist denn schießt die noch mal ab schnell durch das feuerhaus gehst du unter war der entscheidend 200 treffer punkte noch 200 treffer punkte noch mann das können wir ich mich immer so mitten ins getümmel stürze nicht immer der erste da drauf geht los ich war jetzt einfach mal ein kurzes stück genau so ja ist so das erste schiff da kann man direkt drauf halten nein jetzt dreht er die sau aber ein perfekter treffer zwei gehen drüber hier vorne geht auch schon die party ab kommt ein bisschen fahrt und drehen unser schiff die gehen bestimmt knapp mal hervor halten so wenn wir ein bisschen mehr fahrt machen dass die kiste schön herum dreht da bist du zu kurz Boah. Ah, doch. Jetzt sind wir mal wieder die Panzerbrechende da rein. Die Panzerbrechende da rein. Nein, alle drüber gehämmert. Verdammt. Aber jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Jawoll. Äh, so, da hinten ist noch eins. Was haben wir denn? Ach, Quatsch. Hier, unten, da. Komm, schneller. Da kommt die Insel. Da kommt die Insel. Ach, auf dem Schornstein habe ich getroffen. Na, Applaus. Aber die gehen auch da rein. Ich bin aber deutlich. Die Träte aber. Ach, jetzt schießt er auf mich. Die Sau. Boah, voll daneben. Voll verkackert. Und die bleiben an der Insel hängen, oder? Ah, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ah, nicht getroffen. Scheiße. Ah, okay. Das ist der einzige noch. Äh, wo fahre ich denn hin? In die falsche Richtung. Oh, rum mit dem Kari. Ich habe da keinen einzigen Treffer abgekriegt. Was denn da los? Ja, ja, ich fahre hier auf die Insel los. Ich muss mich selber. Ah, sind die schön gegen die Insel gelangen? Woah, 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 d ً. Ah, Schiff versenkt. Aber es hätt kein zu einer Insel vorbei gelangt. Jetzt müssten wir noch fast den Zerstörer kaufen können, oder? Ah, Stufe drei, cool. Sie können tägliche Aufträge, Sie können für den Abschluss verschiedener Aufträge zuseinander Belohnung erhalten. Es wird alle 24 in der Auftrag hinzugefügt, um abgeschüttene Aufträge zu ersetzen. Ja, passt. Ah, okay, cool. Behoffen. Also, ich wollte doch forschen, aber egal. Also, jetzt hoffe ich, dass das hier nicht so lange dauert. Sehr gut. Das ist jetzt hier Player vs. Player. Das andere war gerade Player vs. Computer quasi. So, wir halten uns mal vornehmlich zurück. Wir fahren auch, äh, wir fahren mal hin. So, ich würde sagen, wir fahren mal hier rüber. Kanonen noch da, Schiff noch da. Parksteher oder was? Okay, die... Also, drei Schiffe bleiben auf jeden Fall schon mal schön. Vier. Drei Schiffe bleiben auf jeden Fall schon mal am Anfang einfach stehen. Das ist schon super. Also, eine Viertelfahrt ist ganz schön langsam. Jetzt gucken wir mal, da schießt schon einer. Okay, da vorne ist auch schon einer. Ich denke, der kann ja nachher zu schießen. Oh, da hinten sind mehrere sogar. Okay, der verpisst sich dahinter die Insel. Dann fahren wir mal hier zu dem Kollege. Ah, scheiße, der läuft sich zu schnell. Oh Gott, voll geleckt. Das ist alles zu weit weg da. Boah, das ist nur ein Schiff und da sind... Ähm, das geht gar nicht. Muss man hier, ähm... rumverdrehen. Oh, die gehen daneben. Äh, ne, gehen daneben. Äh, ich muss ja umladen. Das ist schon wieder die falsche... Oh, die Torpedos. Wow, Schwein gehabt, die gehen alle daneben. Ah, zu kurz. Fuck. Okay, das Schiff ist down. Oh lol, der steht da am... Der steht da an der Insel. Ist sie festgefahren, oder was? Da kommt einer. Oh, die können... Oh, die könnten, die könnten, die könnten... 3 Stück haben wir auf jeden Fall getroffen. Zählen. Da kommt der näher. Oh shit. Ah ja, okay, aber ich habe kein Packet, äh, Dings, gedöhnt, los. Feuer, oh, fuck, so hoch. Nein, soo, was ist denn das? So, macht was. Ach, kacke, jetzt hat ihn ein anderer zerstört. Dings, Dings, Dings! Untertitelung des ZDF, 2020